Was bildet sich der alte Mann eigentlich schein, wer ich bin? Der tut so, als wäre ich so voll bescheuert oder so. Ich bin nicht blöd. Ey, genau, du bist sowas von voll nicht blöd. Genau. Wir waren Bootcamp. Wir waren Bootcamp. Bootcamp? Ey, nicht Amerika, ich toito Burgerwald. Wir brauchen Aschenputtel, die so voll die Schlampe sind. Das ist so peinlich. Jeder kennt die. Genau, so zum Beispiel, als wir so in Bootcamp waren, wenn du zum Beispiel jemanden so fragst, ob der die so kennt, da sagt er so zum Beispiel, ja. Bestimmt so 50% viele. 50%? Was lade, du Alter, 50%? So viele waren veganisch. Rucke, die Kuh, die Taube sagt, die schießt sich ab, die blöde Sau. Zähne und Ferse abgehackt, trotzdem der uns nicht als Frau. Rucke, die Kuh, kannst nicht mehr hören, weiß ich, doch Blut ist in meinen Schuhen. Bambi, zu kleines Teil, ich schwör, Rucke, die Kuh, Rucke, die Schwestern ist was bestes, das haben wir schon gecheckt. Du bist so lieb und so bescheid, dass selbst der Kröpste verreckt. Wir haben auch unsere Probleme, doch die willst du nicht sehen. Geh doch hin zu deinen Vögeln, vielleicht könnt ihr dich verstehen. Hier ist nicht lebt, ist nie und nicht trieb, wir auch pack den Bambi-Blick ein. Deine Augen hoch, das hier ist Patchwork, du bist hier nicht allein. Ich rufe die Brüderin, ich schwör, die sollen das Ende neu. Schreiben wir uns im nächsten Leben, wirst du unter großen Füßen leiden. Was ist das denn, Öl oder was? Ja, wie kriegst du das wieder raus? Was nimmst du da, ein Pregnierspray? Sportart-Protektionsspray? Intenspray? Für gute Wichse musst du weit vorn, ne? Ich bin ja ganz gut, dass da eine Reule aus dem Haus ist. Sollen sich die Krankenschwester mit ihm rumschnauern. Die werden dafür durchsorgt, ne? Ihr seid ein halbes Ordner, das jetzt. Sagt nix, macht nix. Du sitzt vor dem Fernseher. Manchmal sitzt er sogar vor der Waschmaschine. Vom Programm her, macht das überhaupt kein Wunderstuhl. Heftschuhe, mach doch was. Neu und regender, wirst du nass. Mach doch was. Hast du was? Du bist Hennig. Du bist Hennig. Ist dem Bauern kühl am Schuh, steht er in der Tieflühsruhe. Ich würde gerne einen Lödl für sich spülen, denn ich hab was zu sagen. Ich schau dich an, du schaust mich an und nix ist. Einer bleibt zurück und so ist auch schon ein Typ. Manchmal gibt es Stellen, da fehlen 20 Sekunden im Programm und dann braucht man den Übergang. Je lauter desto geil. Wir fahren ja. Roxy, you have to pull out the red light. Darf ich vorstellen, meine animalische Seite. Wenn man die Knoblauchsoße auf der Alufolie drauf lässt, dann wird das beim Bude eine wunderschöne rosa Tornie. Das ist gut, Mutti muss arbeiten. Das kennt er gar nicht. Durch den göttlichen Fuß der Wiesenfrau. Ja, ja. Alles klar? Ja, das mit der Wiesenfrau hab ich verstanden. Es geht mir gut, mit Alkohol im Blut. Schau gar kein Fösschen an mir hätte das gedacht. Kali, 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 Kali. Sachte Pfalge, Kali, Kali, Kali. Was soll ich für Ruhestellen? Es soll mich alle hören. Ich saß noch Maslow, ich bin hier, ich trinke nicht Ich trinke nicht, ich trinke nicht, zu viel Untausch, ich war gestern im Kaufrauch, dieser Puschen mit Fellflauch Und der Hai hier hat ein Preisschild, doch da seh ich gar nicht hin Adiletten, fiese Adiletten, Adiletten auf dem Campingplatz Adiletten, fiese Adiletten, wenn du die trägst, dann ist Schluss, mein Schatz Flipflop, flipflop, flipflop Da kommt Gestank aus den Schuhen von Kratz Dann der Wind von West und West Ich trage 39, es geht zu groß nach 30 Da wird der Chinese eisig, oh no 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 Doch ich bin zu fleißig, kalt bei 33 Und du zippelst wie ein Zeissig, oh no 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 Hast du Latsch, hast du Kopf In die Schuhe kommt wirklich stolz Ich fang Absatz und fahr Stein Mensch und Schuhe dann auch richtig geil Ich steh auf all die Jens aufs Feld Ich steh auf all die Jens aufs Feld Ich brauch fünf Stuhl, mein Schatz In meinem schracken Bissblatt Ich brauch noch zingend, was für schwarze Kleid Du bist mein Monika, doch brauch ich sieben Paar So hat man jederzeit Zeit verzeiht Lalalalalalalalalalalala Was gibt's denn da, nicht zu erschienen? Muss ich mich im Detail verlieren? Dass mir all diese Schuhe nützen, warum sonst würde ich sie besitzen? Warum muss ich euch hier erklären, dass Schuhe sich nur mal vermehren? Das ist das Wunder der Kursruhe. Ich folge ihren Regeln nur. Das ist das Wunder der Kursruhe. Das ist das Wunder der Kursruhe. Wie heißen die Fußballschuhe von Jesus? Christus Stolz. Mein Sohn musste orthopädische Anlagen tragen, denn Jesus hat ganz schlimm Platzen-Spreizos. Maria, Maria, Maria. Das ist das Wunder. Das ist Wunder. Jemand trägt mir die gleichen Schuhe. Das war's für heute.